It ain't a tunnel, it's a hole! Heh, a grave most likely! Alter! Komm raus! Time to see what's waiting outside for us. There ain't gonna be a warm cup of milk and a blowjob. Was? Hat er das echt gesagt? Mal sehen, was draußen auf uns wartet. Ja, weiter. Ganz sicher, weder warme Milch noch ein Blowjob. Let's see what they got for us. Warum nicht? The only way my first meeting with Passos could have gone any worse, was if he turned a gun on me along with everyone else. I should have realized. Partnerships start as they mean to go on. Hey, say goodbye. We gotta go. I still didn't remember having met Passos before. But then again, I didn't have any friends left from those days and I didn't remember most nights after 6 p.m. Wohin denn? So, let's go. Let's go. Let's go. Is doch keiner da, Mensch! Rück dich ab! Die Musik kenne ich irgendwo hier. Ding, 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 ding... Ding, ding. Ach, schön! Drei, zwei, eins, ab geht's! Einer fehlt noch. Das war kein Zeitpunkt für schlechte Lachen. Ach du Scheiße, wir müssen da rein, okay. Ach, es sind nur vier Mann! Okay, everybody out! Come on, he's right there! You all right? Yeah, I'm good. I live right around the corner, let's go this way. Let's go, man. The bar was right around the corner from my apartment. It only took a few minutes to get back. It's a nice place you got here, homie. Thanks for noticing. Why are you living like this? Like what? You know, scratching around? Sitting in bars all day? Maybe I just haven't found the right guy to put a bullet through my head yet. I just don't know. I can get you work, Max. Work that only a guy like you can do. Can you get me work sitting in a bar feeling sorry for myself? Where do I sign? Saoje. Gesundheit. Gesundheit. Ha, 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 ha. Best guy in the academy. And you won medals on the street. Hey, I lost loved ones on the street. Right? Family. More than once. Yeah, I know. So leave. Start over. You've mourned enough. I ain't a cop no more. And this ain't cop work. This is protecting people in places where the cops ain't too hot. No thanks, pal. I think I just better lay low for a while. You, I want on the roof. You, I want on every doorway. And you guys, I want every fucking court is covered. About that plan? I'm coming after you, you motherfucking murdering bastard. Made a hundred angry grease balls. Who's that? Anthony DeMarco. He's the father of the kid I just shot. Max Payne! Max Payne! You killed my boy! You killed my only son! We gotta get out of here now. You're not inviting these guys in? When had I ever needed to invite trouble in? It always found me. No matter where I hid. Vamos, man, let's go! Vamos, vamos! Ah, diesmal nicht gegen grü- äh, rot, jetzt grün. Alles klar. Ähm, warte. Ich muss mal hier- Hörst du auf zu- Moven? Alter. Könntest du nicht aufstehen? Aktenzeichen untersuchen? Was ist das für ein Aktenzeichen? Might make the pain of leaving somewhat easier. What? Wo ist das denn? This old guy? My days of playing dress up were over. I wasn't some gallant knight. I didn't need a shield. Ah, okay. Irgendwelche Hinweise habe ich hier. Oh. I guess I thought if I was going to be shot in the face in here it would probably be me pulling the trigger. No! Uh oh. Hey, you're fucking dead! Oof. Adrian! Shhh, my boy. Don't be afraid of the fires. You think they'll hurt you? You think they'll char your skin and char your bones? But it'll make you clean in the long run. The joys of hygiene! Hehehehe. Hehehehe. Come to me, you sinners, you evil man. You were born and filled with fire today. You're going to get out of the fire. You're going to get out of the fire. Oh, damn. Okay. It was hard seeing Brewer go out like that. But I got to thinking. It was what he was waiting for. A chance to make a difference. At least that's what helps me sleep at night. The apartment made me look like he was keeping an eye on me. Must have thought we were kindred spirits. More and more I think he was right. It made for interesting reading. If I'd been given a few more years looking into the bottom of a glass, I might have been on the same page. Ciao. Pizza. Auch jemand Pizza? Hier ist jede Menge Pizza. Inklusive einer Einkaufswage. Haben wir doch schon. Uh. 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 Oof. Oof. Oof! Up and out, scramble away from what's left of your life. Over dead bodies and a few loose roof tiles. If I'd thought things through, I may have sat down and let myself burn right there. Von wo? Ach, das war der. Okay, wo lang? Da lang. Keine Ahnung. Was? Soll ich nicht? Ah, okay. Oh, okay. Pünktlich Hilfst du jetzt mal da hoch? Für mich gerade etwas verarscht Was? Nicht nach unten gucken? Wieso nicht nach unten gucken? Also da gucke ich nach unten, da komme ich anscheinend nicht runter Da komme ich nicht hoch Ah, ach du Scheiße Liegen bleiben Liegen bleiben So Jetzt muss ich irgendwie da hoch kommen Und da hoch ist eigentlich nur springen Ich habe gesagt, springen ist Leertaste, ne? Dann macht er so einen Scheiß Alter Scheiße, ich gebe das auf Kicks Ist gut Ist gut Oh Oh Hoppla In ins Auge Also da darf ich nicht runter springen Also doch da hoch Ja, jetzt geht er da hoch Alles klar Oh 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 Und jetzt Und jetzt? Die Tür Die Tür Die Tür? Oh Oh Oder da hoch Oder da hoch Ah Okay, da hoch Shit Oh Oh Alright guys, let's look alive We're gonna get this prick Come on Wanna hear some motivation Let's go Hey What was that? What was that? I heard something Up there Up where? Yeah It's a bitchin No, there he is Shoot him Goddammit Yeah need some help there brother You need how Five minutes ago Five minutes ago You looked like you were doing fine Yeah well, it doesn't feel that way Hey you ain't lost it Hey It looks like there might be our way Down thru the wreck up here Ay, 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 ay your- were wrecks all around And not the kind you fix up for a weekend person These were the wrecks you crossed the road to avoid. 15 Schuss? Oh Gott. Ich komm ja schon. Ohohohohoho. Beinahe wäre schon runtergefallen. Aukkau. Sie brauchen uns nicht zu zweitigen Gäste, wenn sie alle Angst haben. Was machst du denn da? Ja, komm mal great Kino endlich... Alter Schwede Danke I'm over here Time to go Hindebobbes Wie kann man nur eine fleischfarbene Jacke anziehen Och komm Ja doch Ja doch Na ne AK nehmen wir gerne Na AK nehmen wir ja gerne Natürlich nehmen wir ne AK gerne in die Hand Gott kack ist das Ja Fancy seeing you here Next Alles klar You settling in here? Come on let's go Come on No 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 Wollens! Was sind wir hier? Woher geht's? Was sind wir hier? Heimschlag, was sind wir? Das ist gut. Was sind wir hier? Was sind wir hier? Was sind wir hier? Das ist das große Barsch. Was sind hier? Wir müssen uns hier! Ich bin gut mit der Leiter. Es ist genug hier, ich gehe und beobachte. Das zeigt nicht so viel Blut. Frau Bischraffi, die Waffe wieder nicht genommen hat, sondern wieder die Pistole. Mittendrin im Schusswechsel wechselt er die Waffe. Das ist nervig. Was? Ich habe doch hundertprozentig irgendwas übersehen. Ah. Ich habe keine Zeit. Was ist denn? Ah, mein Mate. Scheiße, mein Mate ist im Arsch. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, ich bin hier. Ich habe keine Zeit. Wir haben nicht mehr zu gehen. Guck! Ah, schade. Bet you knew your way around these parts. Let's just get over there. Yeah? Think you need a hand? No, do you. Let's go, Amigo. You like that? It should be a bit quieter in here. Yeah, it's nice. Yeah, I can see why you'd want to leave this place, Max. It's real charming. Isn't it? So look, I got some friends in Queens. We can stay there for a few days. Queens... Want a job yet, Max? So here we were, miles up the Tiente River, looking for what we did not know. Max... Are you listening? Max! So like I was saying, I think they're a group called the Karashapret. Why'd you tell me they were called the CS? They are. I mean... Fabiana... She was kidnapped by the CS. The guys that crashed that little party at the stadium... They were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow him. The government can't even follow him. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway... The money's gone. Just hope we can get the girl back. Yeah, me too. I wonder where the hell she is. You know there's a... Harbor about a... Half a mile up? She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly... You wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work for private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I'd been stuck in the past so long I'd forgotten what year it was. Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. I cut the engine. Glide in. Don't go anywhere. Don't go anywhere. God, I'm so afraid of this. Oh man... I'm so afraid of this. I'm so afraid of this. Oh man... Looked like Passos had brought us to the right place. Das war der Schopper der Kommandos Sombra benutzt, um die Nightclub zu retten. Wenn Fabianna nicht hier war, dann zumindest jemand, die wo sie war, muss man sein. Das war der Schopper der Kommandos Sombra. Irgendwas sieht hier sehr komisch aus. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Das war der Schopper der Kommandos Sombra. Ich hatte nicht in Ordnung. Und so viel als ein Teil von mir lieber irgendwo anders sein würde, wusste ich, dass ich da war. Ich fühlte mich an der Verantwortung. Ich musste die Situation einfach hier fixen. Das war der Schopper der Kommandos Sombra. Alter Schwede, lauf doch einfach nochmal oder spring doch einfach nochmal drüber. Das ist jetzt nicht feierlich, was du da machst. Ja, war. Ich konnte sie nicht verstehen, aber ich musste nicht. Die Schrauben sind die gleiche, von hier zu Timbuktu. Der Schrauben auf dem Boot war sicherlich der Boss. Serrano, sie haben ihn. Und es scheint, dass unsere Begründungen sind. Fabianna war hier. Einmal weiter. Ich musste sie schnell finden, wenn möglich. Das letzte, was ich wollte, war eine Party mit diesen Clowns. Boah, wie der F***. Wie viel er hat. Wo ist er eben mit seinem Boot? Was ist er mit seinem Boot? Was ist er? Es kam zu zweiteren. Ah, du Scheiße. Ich habe genug gesehen, dass Fabiana zumindest ist, wenn nicht genau so gut ist. Sie sahen nicht so, dass sie das Kind und Gentle-Type waren. Ich musste schnell finden das Raum finden. Ja. Spiele ich doch mit der Waffe, Mensch. Ja, wo sind die Zigarre? Was soll ich hier sagen? I didn't want to think about what would be happening on that video feed now. Just my own imminent cameo. Ich glaube, ich muss hier irgendwas ändern, ehrlich. Quatsch. Ja, alles gut. Ist vom Spielen. Ich musste weitergehen. Ich hoffe, dass ich die Fabiana später findest, als später. Wenn überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin der Waffe. 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 Au, was? Ich bin der Waffe. 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 Wir sind der Waffe. Das war die Chair, die sie hat gehalten. Ich habe sie gerade verloren. Ich kann auch aufwachen. Forte, parador forte. Ich glaube, das könnte doch Stunden lang so gehen, oder? Ja! Hausfrauensendungen mit der Kamera aufgenommen? Sag mal, hast du... bist du gerade... Alter, wo ist der mit seinem Kopf? Na, wer wird da zersägt? Da war sie, in front of mich. Ja, aber nimm bitte die andere Waffe! Ja! Ja! ich kann die waffe nicht mal nehmen jetzt kann ich das ist das ätzend kannst du nicht mehr die waffe anständig nehmen wenn du im gefecht bist was soll das so machen wir das Türchen auf hier von unserem Drogenlabor es ist immer was so schnarrer wieso so 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 Fuck. Serana hat Fabianna durch die Geräge gelegt. Ich musste eine Chance finden, um es zu öffnen. So, wir müssen also irgendeinen Weg finden, um hier rauszukommen. Also eigentlich ist es einfach nur Knöpfchen drücken. Warte mal, müssen wir da rein? Ach ehrlich, ich habe die Tür geöffnet, ja, müssen wir wegs. Ich habe die Tür geöffnet. Ich habe die Tür geöffnet. Das funktioniert. Oh, die ist schick. Die ist ja viel geiler. Die ist ja viel geiler.